Ja, herzlich willkommen zum Deutschen Kultur Podcast und wir sind bei Folge 18 angelangt, wo es heute gezielt um das Thema Wandel in der Popmusik geht. Mein Name ist Klaus Blüthner, ich habe als Gymnasiallehrer für Französisch, Englisch, Deutsch als Fremdsprache und Musik in Deutschland und auch hier in Taipei an der European School gearbeitet. Ich bin auch in der Musikszene tätig, wo ich vor allem im Bereich der Pop- und Rockmusik in verschiedenen Bands arbeite. Wie und warum hat sich die Popmusik in den letzten Jahrzehnten verändert? Darum soll es heute hier gehen und ich kann hier gut meine Erfahrungen einbringen, einerseits als Konsument von Popmusik, der seit Jahrzehnten Tonträger wie zum Beispiel Langspielplatten, Kassetten, CDs käuflich erwirbt, andererseits aber auch Popmusik selbst spielt und auch produziert. Außerdem werde ich in einer Deutschklasse dieses Thema anhand verschiedener Online-Artikel im Unterricht behandeln und so kann ich mich schon einmal auf die Thematik vorbereiten. Betrachtet man den Wandel in der Popmusik in den letzten Jahrzehnten, dann ist das Hauptstichwort hier natürlich die Digitalisierung, die in den 80er Jahren schon einsetzte. Sie führte zuerst noch einmal zu einem Boom in der Musikindustrie, als die CD als neuer Tonträger die Vinyl-Schallplatte ersetzte und sich Musikfans noch einmal die gesamte Diskographien ihrer Lieblingskünstler und Lieblingskünstlerinnen ein zweites Mal zulegten, weil die Werbung uns versicherte, dass die CD der Vinyl-Schallplatte vom Klanggenuss her überlegen sei. Als dann Maschinen in den Haushalt kamen, mit denen man selbst Kopien von Musik-CDs anfertigen konnte und die digitale Vertreibung von Musikdateien dazu führten, dass Hörer und Hörerinnen anfingen, die Musiktitel untereinander zu teilen, ohne diejenigen zu bezahlen, die die Rechte an den Titeln besaßen, kam erstmals Panik in der Musikindustrie auf. Jüngere Musikkonsumenten wuchsen mit der Überzeugung auf, dass Popmusik auf digitalen Geräten frei zugänglich sei und dass man dafür nicht zu bezahlen brauche. Wer so denkt, lässt außer Acht, dass das Produkt, der fertig produzierte Song, Einkünfte für diejenigen erzeugen soll, die an seiner Entstehung beteiligt waren, d.h. die Künstler selbst, aber auch die Produzenten, die beteiligten Musiker, die Musikverlage etc. Diese nachlassende Bereitschaft für seine Lieblingssongs zu bezahlen, führte dann zu einer Schrumpfung der Musikindustrie insgesamt. Viele Arbeitsplätze gingen verloren. Während es z.B. in den 90er Jahren noch häufig vorkam, dass eine Band eine Million CDs von in ihrem Album absetzen konnte, verkaufen heute selbst bekannte Künstler wie Ed Sheeran oder Madonna nur noch physische Tonträger im vier- oder fünfstelligen Bereich. Die Haupteinnahmen erzielen sie durch das digitale Streaming ihrer Songs auf Plattformen wie Apple Music oder Spotify. Da Musikproduktion heute im Vergleich zu früher ein Kinderspiel ist, man kann ein Album auf seinem Handy produzieren, versuchen viele Musiker und Musikerinnen unabhängig zu sein und die Hilfe der Musikindustrie nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Sie produzieren und vertreiben ihre Musik selbst, ohne dass ihnen ein Musikkonzern dabei hilft. In den letzten Jahren ist ein verstärkter Einfluss von TikTok und ähnlichen Anbietern von kurzen Videos auf die Musikproduktion zu beobachten. Da TikTok nur sehr kurze Clips zulässt und Spotify nach 30 Sekunden Laufzeit einen Stream anrechnet, zeigt sich eine Tendenz zu immer kürzer werdenden Popsongs. Ein Lied muss schon nach wenigen Sekunden den Zuhörer überzeugen, da bleibt keine Zeit für lange Intros oder ausufernde Gitarren-Soli, wie es sie noch in den 90er Jahren gab. Viele Lieder fangen direkt mit dem Refrain an, da die Musikproduzenten nun wissen, dass der moderne Zuhörer nicht die Geduld hat, sich ein Intro und eine erste Strophe anzuhören, bevor der wichtigste Teil des Liedes kommt. Hinzu kommt, dass die Lieder dadurch auch oft schneller werden. Heutzutage sind Songs mit einem Tempo von 125 bis 150 Schlägen pro Minute, Beats per Minute, abgekürzt BPM, keine Seltenheit mehr. Ein berühmtes Beispiel ist der auf Streaming-Plattformen überaus beliebte Titel Blinding Lights von The Weeknd. Neben der Digitalisierung hat auch die künstliche Intelligenz, kurz KI genannt, Einzug in die Popmusik gehalten. Mit KI kann man zum Beispiel menschliche Stimmen klonen, man kann zum Beispiel eine Gesangsmelodie selbst einsingen und dann mit einem KI-Programm so umformen, dass es so klingt, als ob Ed Sheeran sie gesungen habe. So ein Vorgehen wird natürlich Urheberrechtsprobleme mit sich bringen und gegenwärtig finden Überlegungen statt, wie man geistiges Eigentum im Zeitalter von künstlicher Intelligenz überhaupt noch definieren und schützen kann. Beruhigend ist in diesem Zusammenhang, dass die ersten Versuche, Popmusik nur noch mit KI zu produzieren, ohne menschliche Stimmen oder von Menschen gespielten Instrumenten mit Liedern, die von einem KI-Programm geschrieben wurden, nicht sehr überzeugend klangen. Kritiker vermissten vor allem die Wärme und die emotionale Tiefe bei dieser künstlichen Musik. Von der Angstvorstellung, dass Roboter komplett die Produktion von Popmusik kontrollieren können, sind wir also noch weit entfernt. Kommen wir nun im zweiten Teil zur Grammatik. Heute wollen wir die Konstruktion zwar aber üben. Bitte verbinden Sie damit jeweils zwei Ideen. Nummer 1. KI kann Popmusik erzeugen. Ihr fehlt es an emotionaler Tiefe. Lösung. Zwar kann KI Popmusik erzeugen, aber es fehlt ihr an emotionaler Tiefe. Nummer 2. Große Stars verkaufen noch Tonträger. Die Absatzzahlen sind viel geringer als vor zwei Jahrzehnten. Lösung. Zwar verkaufen große Stars noch Tonträger, aber die Absatzzahlen sind viel geringer als vor zwei Jahrzehnten. Nummer 3. Mit KI kann man menschliche Stimmen klonen. Dies bringt Urheberrechtsprobleme mit sich. Lösung. Zwar kann man mit KI menschliche Stimmen klonen, aber dies bringt Urheberrechtsprobleme mit sich. Nummer 4. Man kann ein Album auf seinem Handy produzieren. Das heißt nicht, dass viele Leute es hören werden. Lösung. Zwar kann man ein Album auf seinem Handy produzieren, aber das heißt nicht, dass viele Leute es hören werden. Nummer 5. CDs produzieren keine Nebengeräusche. Ihr Klang ist kalt und digital. Lösung. Zwar produzieren CDs keine Nebengeräusche, aber ihr Klang ist kalt und digital. Nummer 6. Vinyl-Schallplatten sind teuer. Lösung. Zwar sind Vinyl-Schallplatten teuer, aber sie ermöglichen einen intensiveren Musikgenuss als Streaming. Zum Abschluss noch ein paar Testfragen zur heutigen Podcast-Folge. Frage 1. Was ist die Haupteinnahmequelle von Popmusikern heutzutage? Lösung. Lösung. Die Haupteinnahmequellen von Popmusikern heutzutage sind Einkünfte aus Streaming. Nummer 2. Welcher Tonträger produziert keine Nebengeräusche? Lösung. Lösung. CDs produzieren keine Nebengeräusche. Nummer 3. Wie hat sich der Aufbau von Pop-Songs in den letzten Jahren verändert und warum? Lösung. Lösung. Viele moderne Pop-Songs fangen direkt mit dem Refrain an, um direkt die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu lenken. Nummer 4. Was ist heute im Vergleich zu früher ein Kinderspiel? Lösung. Selbst Musik zu produzieren ist heute ein Kinderspiel. Nummer 5. Vor welcher Angstvorstellung sind wir noch weit entfernt? Lösung. Das war's für heute. Über ein Feedback zu dieser Folge würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Besten Dank. Vielen Dank. Nummer 5